Willkommen auf unserem Kanal. Hier veröffentliche ich Testberichte über den besten Elektronik- und Haushaltsgeräte. Heute habe ich den Miele Scout RX-3 Saugroboter im Test. Haben Sie etwas über dieses Modell zu sagen, schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich dieses Gerät zu kaufen, schauen Sie sich gerne die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit im Handel. Genug geredet, kommen wir nun zum Testbericht. Effizientes Saugsystem für jeden Boden. Das Saugsystem mit seinen vier besonderen Ausstattungsmerkmalen garantiert eine erstklassige Reinigungsleistung. Erstens, ausschwenkbare Seitenbürsten befördern Grobschmutz unter das Gerät. Zweitens, eine Bürstenwalze nimmt diesen zuverlässig auf und transportiert ihn in die vordere Saugöffnung. Drittens, die hintere Saugöffnung sorgt für die gründliche Aufnahme von Feinschmutz. Und viertens, mittels eines starken Gebläses landet der Schmutz sicher in der Staubbox im Gerät. Dreidimensionale Raumerkennung per Kamera. Zwei Frontkameras ermöglichen dem Scout RX3 eine höchst präzise dreidimensionale Objekterkennung. Er ermittelt die Distanzen zu möglichen Hindernissen automatisch und navigiert sicher darum herum. Möbel und Gegenstände bleiben so vor Kollisionen geschützt. Auch komplexe Raumstrukturen sind mit der 3D-Smart-Navigation für den Scout kein Problem. Selbstständiges Aufladen. Dank des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus erreicht der Scout mit einer einzigen Akkuladung eine lange Laufzeit. Sollte die Akkuleistung dennoch nicht ausreichen, fährt der Scout zurück zur Ladestation und lädt sich wieder auf. Anschließend setzt er die Reinigung dort fort, wo er aufgehört hat, ganz automatisch. Zuschauen in bester Qualität. Über die beiden Frontkameras können Sie von unterwegs jederzeit nachschauen, ob Ihr Scout RX3 zu Hause fleißig ist und das in bester HD-Qualität. Dabei lassen sich die Reinigungsaktivitäten in Echtzeit aus der Perspektive des Geräts verfolgen. So wissen Sie immer, an welcher Stelle sich der Scout gerade befindet. Über die Pfeiltasten können Sie ihn bequem navigieren. Selbstverständlich erfolgt die Live-Übertragung der Kamerabilder verschlüsselt. Individuell reinigen. Die neue Miele Scout App bietet jetzt noch mehr Bedienproduktionen für Ihren Saugroboter. Sie möchten nur einen bestimmten Bereich Ihrer Wohnung wie zum Beispiel die Küche reinigen, dann favorisieren Sie einfach diesen Bereich. Zusätzlich können Sie auch ausgewählte Zonen wie zum Beispiel Teppiche blockieren. Ihr Scout RX3 wird diese während seines Reinigungsprogramms dann meiden. AirClean Plus Filter für besonders gutes Raumklima. Der AirClean Plus Filter sorgt dafür, dass der aufgesaugte Staub dort bleibt, wo er hingehört, in der Staubbox. Die effektive Filtration sorgt für eine besonders saubere Raumluft. Sauber unter dem Sofa. Mit seinem kompakten, flachen Gehäuse bewegt sich der Scout wendig durch Ihre Wohnung. Mühelos gelangt er auch unter flache Möbel und an andere schwer zugängliche Stellen. Nie war es so einfach, Besauberkeit unter Betten, Sideboards und Sofas zu sorgen. Sicher über Kanten und Kabel. Den Übergang von glatten Böden auf Teppich meistert der Scout dank seines kraftvollen Antriebs und seiner griffigen Räder mühelos. Auch Türschwellen bringen ihn nicht aus der Balance. So können Sie sich sicher sein, dass der Miele-Saugroboter zuverlässig seine Bahnen zieht. Für effektive Sauberkeit zu Hause. Virtuelle Karte des Wohnbereichs. Der Scout RX3 navigiert systematisch durch die Räume und legt sich dabei eine virtuelle Karte an. So findet er die Ideallinie für eine lückenlose und effiziente Reinigung. Über die App lässt sich anhand der Karte sofort sehen, an welcher Position sich der Saugroboter befindet und wo er bereits gereinigt hat. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Es fehlt beim Akku eine Prozentanzeige in der App. Wir fahren sehr dünner, leichter Teppiche. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Sehr gute Reinigungsleistung, gute App-Einbindung, der Roboter navigiert systematisch und intelligent, flache Bauform und 120 Minuten Laufzeit. Das war mein Testbericht zum Miele Scout RX3 Saugroboter. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald! Bis bald!